Hey, ho Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und ich krieg's grad irgendwie nicht hin, loszulaufen, wir sp... Ah Gott, wir spielen heute mal... Oh, scheiße, ich bin runtergefallen. Wir spielen heute mal Minecraft Flash auf dem Perfect Lab Server, auf der Map Candyland und ich hab das... Ich spiel das hier zum ersten Mal, deswegen verzeiht es mir bitte, wenn ich das hier nicht schaffe. Ach, hier gibt es doch dieses Instant-Kill-Item. Übrigens, wir spielen mit dem lieben Sebi. Hallo. Da ist einer dabei jetzt richtig gut, scheiß mir das so. Wie Braun oder so, ne? Äh, genau. Warum drück ich immer? Ich bin richtig schlecht. Ich schaff grad einen Sprung nicht, den schaffe ich normalerweise immer. Jetzt hab ich noch. Das ist noch den, ja? Hab ich auch. Oh, komm, der Ende der erste Checkpoint. Ja! Zwei. Ja, ich hab der erste Checkpoint. Huuu, ich brenne wie geil. Alter, ich bin nicht. Wenn der es überhaupt nicht gewöhnt, dass man so schnell ist. Das ist auch zum Kotzen, gell? Ja, also langsam denke ich dran, das Item zu benutzen, dass man sich mit dem man sich instinkillt. Ich bin nicht gesprungen. Yeah. Hey. Ja, Leute, verzeiht es mir. Nein, ich war vor Checkpoint 3. Ja, Leute, verzeiht es mir bitte echt, dass ich so schlecht bin. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich grad auch nicht, ich war grad Checkpoint 3. Hä? Irgendwie immer, wenn man gesprungen ist, ist man erstmal voll langsam und dann fühlt sich geht's richtig schnell. Bei mir zumindest ist der Typ schon 4. Warum springe ich einfach nicht? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber ich hab irgendwie grad voll den, äh, Sprungboost. So, es kommt mir grad so vor. So, die Stelle lieb ich. Herr, wo lang muss ich? Ja, weiß ich doch nicht, wo du bist. Ich bin jetzt, ich bin runtergefallen, so ein Mist. Nein. 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 Ich bin jetzt bei dem Ofen, ja klar. Ja, ich muss grad aus, einfach durch den Ofen durch. Und dann rechts muss sofort. Ach, denn ich war über den Ofen gesprungen. So, lol. Weil ich dann noch irgendwie Jampus hatte. Huh. Nein. Nein, komm, ich drück mal doppelt auf die Tasse. Jetzt ist der Typ so gut. Ich hätt beinahe 4 gehabt jetzt. Der Typ kann ruhig mal ein bisschen langsamer machen jetzt. Ich krieg das immer neu hin. Das ist total ungewohnt. Oh, Junge. Ach, da muss ich lang, meine Güte. Ach, das ist jetzt endlich. Ja. Ich hab gleich 4 und zwar genau jetzt. So, jetzt kommt einer mit Lieblingsparts. Oh, Mann, jetzt ist er schon bei 7. Jetzt müsst ihr gleich 8 haben, glaube ich. Boah, lava, lava, lava. Ha, dritter Checkpoint, yay. Ich bin der Letzte, ne? Hm, gut möglich. Äh, ne, ne, ich schwinge einfach nicht. Nicht. Ey, man ist die Geschwindigkeit so überhaupt nicht. Warum ist der nicht an die Leiter an? Das ist diese Geschwindigkeit so überhaupt nicht gewohnt. Schon, ja, das ist übel. Also ich fand am Anfang richtig übel. Ja, ich auch. Bodo, du findest es sogar immer noch übel. Oh, huih, 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 jetzt werde ich zwei Mal hintereinander runtergesprungen. So, jetzt habe ich gleich Checkpoint. Weiß ich nicht. Jetzt bin ich untergefallen. Steck im Spinn neben dem fest. Ja, da muss ich ein Mensch in meiner Kost nicht raus, außer du, also bist da wo ich. Nein, Alter, ich kann so tun, den Spinn aus machen. Nein! Da, 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 und, 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 und. da habe ich in der Klinik in der dritten Ort weiß davon Prozent Opa klar war 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 heute ich habe mit zweieinhalb Werten überlebt er und jetzt kommt es ekelhafte zwischen acht und neun ist so ein langer Prozent wie der ist so zum Kotzen was er war eigentlich kein Checkpoint mehr k warum ist ein Bild drückt das war auch wenn er sich das ist wieder nicht ist das ätzend Ojo das kann ich meinen Zuschauern nicht bieten erlich aber ich nehme mir auch nur glaube ich nicht ich habe mich leichter und neuen Aussicht verkackst jetzt noch nein ich hab's verkackt scheiße ich bringe einfach zu können die aufnehmen nämlich nicht ja ich aber einfach weiter mach ich doch bei mir scheint gerade so richtig die Sonne direkt auf mich ich ich verrecke jetzt gleich ey man ich schaff das einfach nicht bin ich schlecht das schaue auch ja ich nehme auf ich hab von Anfang an gleich aufgenommen weil ich wusste dass ich bei Candyland relativ weit kommen aus es ist einer dabei der es richtig schnell macht ja es ist auch die Traunie war ganz gut war ganz gut weil er die Ehe ich ehren alt kommt jetzt kommt jetzt kommt dort wer jetzt kommt dieser scheißen Nennas der Effekte wie auch immer heißt die Übelkeit 8.000 m aber das geht eigentlich nicht wieso kann ich jetzt nicht mehr bei mir dann alle erst mal wie ich das gemacht habe nicht einfach durchgerannt Prozent all dort Gottes ist weil ich fühle mich gerade so wie der Typ 3 aber ich komme die Effekte Gott ich zähle also ich sicher alle bei dir ist der Mikro ist richtig laut geworden ich hab aber gar nichts gesagt der Zinsen Mikro ist richtig laut geworden der Pegel verstellt ja soweit ich weiß von selber ins ist S nein ich verkackst gerade dauernd richtig hart ich hab gerade den Effekt in der Küche legt hallo ja ich sage ja ich habe gerade den Effekt nicht bekommen das ist verkehrt ein Internet ist gerade weg toll oder auch Gott es ist so widerlich dieses Übelkeit Zeug aber ich hab's ich hab's gleich und zwar genau wunderschön wunderschönen und dann habe ich die Kacke geschafft BÄM ich hab den letzten zwischen 9 und 10 bin ich noch nie durchgesprungen okay das kriegt nicht Aho du hör dein Pegel ist gerade viel zu hoch von deinem Mikro das ist sehr toll warte ich muss schnell um äh holo zu machen das hat nämlich eh schon 5 Milliarden 5 Milliarden gerade mein Zimmer ich kann nicht nach unten fallen das ist das für ein Kack du bist du ich immer noch bei drei wo sind drei Jahre da ist drei ich sehe dich toll ich krieg das einfach nicht hin ja so scheiße ja warte 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 genau da nein 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 falsch ich hätte ja nicht erstellt sein kann und jetzt muss doch das Liederland am besten nach rechts zu dem Baum mal das zu schnell weil wenn ich durchstritten der lassen dieG dieG es die jetzt sind wir und blutzen machen denn am Ende kann in einer Alles ist наход cui ert bestätigen haben die der Röschen beginnerern inch gebracht hatや Nein ja gut und wer es so wie es aussieht aber wohl auch nicht okay Leute aber schaut trotzdem bei Ihnen vorbei würde ich sagen ja gerne bis zum nächsten Mal Tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Tschüss ich hab einfach noch Werbung macht ey